Leute, willkommen heute zu einem, ja, vielleicht letzten Video von uns, weil wir haben heute einen 2 vs 2 Kampf und ich würde sagen, wir gehen direkt drauf. Los. Oh Leute, ich bin so gespannt. Direkt mal jetzt alles Wichtige in die Hotbar ziehen. Die Enderperle rein. Ja, wie gesagt, wir haben heute gleich einen Kampf. Leon. Ja, warte, ich mach jetzt auf meine Chest noch. Warte. Ja, mach mal bitte, äh, hast du, mach mal bitte, okay, warte mal, stell mal jetzt den Amboss auf, verzaubern mal bitte. Nein, nicht den Amboss. Ist das dein Ernst? Okay. Okay, dann, äh, lauf du zu den Cordis, wo wir sagen, gesagt haben. Ach so, warte, gut, dass ich die neben mir hab, ne, die hab ich gar nicht mehr neben mir. Fuck, äh, 400 irgendwas war das, hatte. Na, guck mal schnell. 400.800 oder sowas war das. Hm, wir müssten gleich auch Essen braten. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Nee, ich hab noch was. Und ich hab fünf Gapis. Ach, Pfeile, Pfeile, Pfeile. 442, komm, und, äh, 1800. Ja, hier, das ist mir. Oh man, wie ist es so anspannt. Es ist so anspannt. Nochmal, nochmal zwei Pfeile, fünf Gapis hab ich. Es ist echt so anspannt. Ich komm, minus vier. Also wir glauben halt, dass wir besser equipped sind, aber, oh, ist so anspannend. Leon! Alter, ich dachte gerade, ich dachte, wir sind jetzt tot. Ich kann das nicht. Ich bin einfach zu scheißen dafür. Ich bin halt wenig Kraft. Oh man, diese Kacklöcher, 442. Mit der fuck, wo laufen wir hin? Warte. Pass auf, dass wir jetzt nicht einlaufen, dass du jetzt nochmal falsch hast, ne? Nicht, dass es minus 442 ist. Ja, 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 ich guck ja. Minus 1876. Sind wir weit weg? Nein. Tschi, tschi. Jetzt bräuchten wir Wasserläufer, ne? Ja, Mann. Okay, wir sind fast da. Ja, wir sind jetzt da. Weil, 40 Blöcke, fast. Okay. Ich schreib dann auf jeden Fall schon mal bei Go los. Nicht, dass die uns von hinten überraschen. Okay, warte. 42. Wir sind doch nicht mal da, Mann. Ja, wir sind jetzt da. Warte, ich baue euch mal so ein bisschen hoch, was wir mal an Übersicht haben. Pass auf, dass das Elementar ausortiert ist, ne? Ja, ja, ich packe mal das normale Fleisch rein. Andi, das könnte ich dann. Und dann haben wir da die Schilder. Oh, es ist echt hart. Es ist einfach, ich bin am schwitzen. Ja, ja, hier, genau, stimmt. Erstmal ein Steck. Haben wir noch Gold? Hier, guck mal, nicht mal ums Essen. Alter, mir geht's so scheiße. Ich schwöre es dir. Ich hab... Ich hab fast Bauchkrümpfe. Guck mal auf 43. Also nicht wundern, wenn sie jetzt ruckelt. Ich will nur gucken, ob die da hinten irgendwo schon sind. Bleib doch hier, bist du doof? Soll ich schon mal hinten die zwei Skelette holen? Nein, bleib hier. Die schreibe halt nicht mal zurück, was wir gehen. Ja, die werden jetzt vielleicht Gas machen wollen oder so. Ja, ja. Wenn die uns jetzt verarschen, ne? Und weitererfarben, ne? Dann hasse ich sie. Dann hasse ich sie. Ich hasse sie dann wirklich. Ei, ei, ei. Okay, wir verwenden am besten keine Lava. Ne, ich benutze auch keine Lava. Ich hab mir nicht mehr Lava einfach gemacht. Ich wollte eigentlich Lava, aber... Ich mach's nicht. Ne, ich auch nicht. Ich hab nur für, dass ich mich selber anbrenne oder... Ich guck, ich guck jetzt einfach. Ich rede jetzt nicht mehr so viel. Ich guck einfach, was so passiert. Was ist da so? Oh Mann. Warte, hier, ich geb dir noch mal meine Fäden. Dann vielleicht kannst du noch ein paar Feinde mehr machen, wenn du noch flinkst. Ich hab noch... 18 Blinden, okay. Also wir haben halt schon einen Equip-Vorsprung, wenn das stimmt, was die gesagt haben, was die haben. Ja. Was soll ich jetzt machen? So. So. Und so. Dann hab ich jetzt schon mal 57. Guck du mal kurz, ob der kommt. Ich will nicht, dass die hier gleich... Reinwaschen? Ich hab 41 Bücher. 41 Bücher? Ey, wie viel essen das? Ich hab noch Zuckerrohr. Hier. Ich hab 15 gebratenes... Ähm... Gebratenes Deeks. Hier, dann noch mal nur was. Oh, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Leon? Guck mal her. Warum hat es weg? Warum hat es weg da, bitte? Was sonst, was sonst? Wir waren eben noch auf Skype. Ja. Mit Serum und Wehrwolf. Und da die in der Klasse mit Christi sind, er meinte so, ja, bla bla bla. Ich werde abstauben oder so. Komm mal her, Lern. Nicht so viel bauen, wir verstecken uns erst mal. Wir gehen auf die Bäume. Wenn wir den auch noch klatschen würden, dann hätten wir auch nicht leid. Weiter entschüttet. Draußen. Nein. Nein. Ja, ja. Nicht so... Nicht so viel, die Erdunschiss machen. Wollen wir aufpassen? Guck du lieber hinten. Ich guck schon, oder... Ja. Na, die werden wahrscheinlich... Das war hier auf den höheren Baum. Auf den höheren Baum. Oder lass weiter nach hinten auf den hohen Baum, oder? Nein, 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 wir sehen die ja sonst nicht hier gleich. Komm her, komm ruhig her. Okay. Warte, ich hab ne gute Idee. Nein, 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 guck mal, wir bauen hier sowas. Ich bin am Zittern. Ich auch. Wir haben sogar einen Kumpel bei uns im TS, der will einfach nur zuhören und wissen, wie wir so sind, dass wir nicht so... Fabi, du darfst sogar einen Ton sagen, denn müde ich. Ja, darfst du ruhig machen. Hallo. Ja, das ist der Fabian von meinen alten Varo-Videos, das ist der Fabian, ja. Ich bin grad am Essen, das ist ganz lecker hier. Ja, und jetzt müde dich bitte wieder, will keiner wissen. Nein, wenn du was sagen willst, darfst du es auch. Ja. Alter, was ist denn los, alter? Hast du, kommen dann in Schaden wir jetzt noch so lange, bis die kommen? Ja, komm her, dann lass uns das grad machen. Stell den Amboss daneben auf, ich guck, ob irgendwo einer kommt. Labusbuch, Stärke, Schutz, ich geh auf Stärke. Wär ganz geil, wenn du Schutz bekommst. Stärke, ja, Stärke ist aber auch gut. Ja, dann stell mal den Amboss auf. Okay, perfekt. Stärke, Stärke, ja, ich hab keine Level, guck mal hier, nimm mal. Ähm, Stärke und Stärke. Draußen geht's echt ab. Dann gibt's ja noch zwei hier von Enchanted, die kannst du mal zusammencraften, Stärke und Stärke. Die anderen ist Stärke und Schärfe, also nicht zusammencraften. Ja, ja, ja. Stärke, Stärke. Schärfe, Schärfe. Da. Ähm. Ja, gib einfach mal ein paar Bücher her. Und schon mal... Als ob du jetzt Schärfe und Stärke zusammengecraftet hast, ist das dein Ernst? Nein, hab ich nicht, oder? Doch. Doch. Nein. Oh, Mann. Hab ich nicht, hab ich nicht, niemals. Ich hab da extra grad noch drauf geachtet. Nimm und guck's dir an. Dann hast du andere bekommen. Hä? Wo sind die denn? Äh, hey, wir haben halt die Vermutung, dass Chrisley absterben will. Ne. Ja, ich glaub, die verarschen uns ein bisschen, weißt du? Ja, und vielleicht... Was machst du, Alter? Ist okay. Das geht mir auf den Sack, wenn die gleich wirklich absterben kommen, ne? Sonst haben wir noch Spawn gehen. Die kommen ja nicht. Warte, was hast du auf deinem Ding, da auf deinem Bogen? Stärke 1. Dann machen wir Stärke 2 drauf. Warte, 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 nein, 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 noch nicht. Naja, scheiße, hab ich auch grad. Hast du, ähm, das andere Buch noch? Welches? Stärke 2, dann das. Ja, ja, hab ich. Mach erst das mit Schärfe 1 noch da drauf, dann müsstest du eine Schärfe 2 haben. Und dann machst du das Buch hier mit Schärfe, äh, mit Stärke 2. Was soll ich machen? Erst das, wo du aus Versehen das kannst. Ja, womit soll ich das verbinden? Ey, erst mal mit deinem Bogen, dass du Stärke 2 rauskriegst. Nochmal müsstest du gehen, ne? Also Stärke 2 und Schärfe, äh, Stärke 1 jetzt machen, ne? Zusammen. Dann hab ich Stärke 2. Und jetzt? Jetzt hast du die Stärke 2 Bogen. Jetzt packst du das Stärke 2 Buch auch noch drauf. Ey, die haben geschrieben, die sind bei minus 440 minus 1187. Nehmen wir ernst, ich glaub, die verarschen uns. 1181. Dann nimm mal den Ambos mit. Warte. Wenn du mal Schutz bekämpfst, wär ganz geil. Okay. Sind die weit weg? Sind bei kommt. Ach komm, Alter, wir haben 10 Minuten jetzt schon verdammelt. Alter. Was? Was? Wir schon 10 Minuten will es mich fügen. Lass kommen wir laufen zu denen in die Richtung. Sonst gibt das nichts mehr. Weißt du, wo das hergeht? Ja, hierher. Auch pass auf, Creeper und so. Ja, Leute. Leon, ich komm da jetzt nicht hoch. Hab grad keine Blöcke. Du wolltest kurz schütteln, um euch eine Tür zu machen, sonst hat man alles. So. Bist du da? Komm, hier hoch, hier hoch. Ja, ich weiß. Also keine Blöcke. Jetzt schon. Komm. All, wir haben den Ofen vergessen mit dem Essen. Egal, komm, ja. Wenn wir gewinnen, solltet ihr wieder sein. Alter. Please. Warte, wie soll ich, glaub ich, dahin kommen? Minus 440. Okay, komm. Jetzt, ich will, dass die Folge sich auch lohnt, ne? Okay, die sagt, sie kommt zu uns. Wir sind gleich da. Hä? Wir sollen zu denen kommen, komm, komm, komm. Wir sollen zu denen kommen, komm, komm, komm. Nein, wir sollen zu denen kommen, komm, komm. Komm, komm, komm. Hat er das Skype gesagt oder was? Ja, wir sind für LSG geschrieben. Komm. Komm einfach. Das ist weit. Wenn die Team sind, dass die größten abgefuckten Arsch. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal langsam dahin. Ja, äh, Digga, wir müssen noch 600 Blöcke laufen, jetzt kommen. Was, 600? Oh mein Gott. Was ist das? Wir haben noch fünf Minuten, jetzt. Einfach mitkommen. Okay, das geht's, was ist es? Wie kannst du das auf? Auch Mann. Als ob die so lang weg waren. Ja, kann sie den ja keine Vorwurf machen. und das ist nicht noch treibend sie kommt 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 nur sitzt kommt das ist als er jetzt die Folge keinen Kampf bekommen dann rast ich aus er kann erst sie hier am Sporn die wollen die werden aufschauen ich bin egal wird das festgelegt und notfalls haben wir in der Perle weil wir Dings da. Weißt du warum? Stopp, ganz ruhig. Wenn wir uns nicht ausloggen können, weil jemand hier ist, dann werfen wir uns mit der EP weg. Ich hab aber Angst, dass die abstauben, komm, ne? Komm einfach, ist doch scheißegal. Siehst du hier schon irgendwen? Lass uns doch ein bisschen weg, ja. Lass uns doch ein bisschen weg da. Wir müssen noch 200 Blöcke, komm. Komm. Aber dann wissen wir zumindest, wo das Bord ist. Ja, ich wusste das ja sowieso. Ich hatte ja die Colleys geschrieben. Ja, nach 100 Blöcke circa. Ja, nach 150 ungefähr. Im Wald, ne, oder? Einfach... Ess dich voll, ess dich voll. Ja, die werden uns vielleicht von oben. Ja, wir gehen jetzt auf die Bäume. Ja, jetzt zittert ich gerade aber auch. Alle, hier ist nochmal offene Fläche. Du musst jetzt auf alles gefasst sein, klar? Ich weiß. Wo bist du? Was war da? Die müssen hier irgendwo sein. Ah, da hinten, da hinten, ich sehe die, da hinten. Warte kurz, ich muss kurz, alter. Oh, shit. Okay, kommt. Sind das Chrisli? Ne. Äh, ne, wir müssen nicht. Okay, die wollen, die schießen nicht schon? Dort, die haben schon entschartet. Okay, komm. Oh, shit, die haben einen Punchbowl. Lass dich nicht so oft treffen. Alter, okay, die ziehen nur ein Herz ab. Ja, komm. Treffer? Treffer? Ich bin so am Zittern, ne? Es geht bei mir nicht. Pass auf, die wollen die abhauen. Okay, komm, 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 komm. Pass auf, nicht, dass die uns in die Falle locken. Bist du unter? Bist du unter mir? Ja, die laufen, die laufen, die laufen. Nicht, dass die uns in die Falle locken. Ja, ja, ich weiß. Nicht, dass die so Chrisli und so laufen. Ja. Pass auf, pass auf, warte, ich bin nicht direkt hinter dir. Ich hab richtig Schmuffe, dass die... Komm, egal, rein. Die machen das vielleicht. Pass auf, pass auf. Komm. Komm, auf, dass keiner von der Seite kommt. Komm, den kriegen wir. Komm schon, komm schon. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir. Hab ihn. Achtung, da kommt ein... Pass auf, keiner. Ich guck, ich guck, ich guck. Eisbeschiff 2. Ja, ich guck, ich guck. Ich hab mich unten das Gold mit. Eisbeschiff 2. Ja, ich guck, alles gut. Alter, boah, Jogi, wie viel Gold, ich hab' ich hab'n Deckung 3 Gold noch. Kommt ihr? Also... Keine Chance für ihn. Ey, stell' mal schnell, werf' mal auf. Schnell, ich kann noch zwei Geld nichts mehr machen. Ich beschütz' ihn. Ja, okay. Äh... Alter, ich zieh' da immer noch, ne? Alter, ich hab' irgendwie einen Verdammt, hab' viel Schaden gemacht, wie's aussieht. Ja. Hier, äh, hast du Feuerzeugflüsse oder verbrennt das? Äh, egal. Ja, ich verbrennt das. Komm her, komm her. Der ist nach rechts gelaufen. Ja, komm her. Upsala. Korz, ja, wir haben nur noch zwei Minuten. Dann schreib' mal mit Rejoin, dass wir wieder Joinen können. Wir haben nur noch zwei Minuten, dass wir gleich wieder Joinen können. Komm, wir sagen eins gegen eins gegen den. Das ist ja so. Nein. Komm schon. Okay. Das ist ja so. One, we, one. Alter, wir haben nur noch eine Minute. Ja, dann schreib' mal, dass wir vielleicht rejoinen können. Wenigstens einen Kill. Jawohl. Wir hatten den gemacht. Ich, ne? Hast du den gemacht? Alles klar, dann stoppe ab. Okay, die sollen schnell kommen. Denkst du echt, dass die kommen? Denkst du, dass die kommen? Komm her. Oh, Mann. Die waren halt safe auch in der Korn-Fee und so und dann steht noch ein Ambus. Wo? Dann haben die gesagt, Alter, machen die viel Damage, jetzt will die nicht kommen. Könnte sein. Kommst du mit? Ja, ja. Denkst du noch ein Ambus? Den können wir gut mitnehmen, ja. Aber den hier, was ist denn mit dem Bau von dem? Hast du den? Oh mein Gott. Mute dich einfach. Hey, Jonas, komm mal mit, lass' wir da zurücklaufen, weil wir ja gesagt haben, wir sind bei den Kornis. Zehn Sekunden. Oh Leute, er wurde schon gekickt. GG. GG, Leute. Oh mein Gott, sie wurden gekickt. Ja, sollten wir gleich reconnecten, dann gibt's gleich noch eine Folge. Ja, wir können nicht reconnecten, sogar wetten. Ja, vielleicht können wir es. Oh Mann. Du kannst ihn ja mal fragen, mir natürlich. Ja, ähm, dann mach ich, Japp, wenn's euch gefallen hat, dann lass auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ähm, schau auf jeden Fall bei Jonas vorbei. Ja. Willst du noch was sagen? Ähm, ja, ich würd sagen, sollten wir gleich wirklich nochmal ein Video hören, dann fragen wir gleich nochmal den Christi, ob der das ändern kann. Und dann, ähm, werden wir gleich mal gucken, ob wir noch ein, zwei gegen zwei machen können. Jo, dann bis zum nächsten Video. Und ciao.